Christina Henni versetzt ihre Fans in Sorge. Die Tänzerin weiß noch nicht, wie es nach der Geburt ihres Babys, beruflich für sie weitergehen soll. Christina Henni, kehrt sie nie wieder zu Let's Dance zurück? Let's Dance findet in diesem Jahr ohne Christina Henni, 33, statt. Doch der Grund dafür könnte kaum schöner sein. Denn die Profitänzerin und Ehemann Luca Henni, 29, werden zum ersten Mal Eltern. In einem QA auf Instagram erklärt sie nun, dass die beiden sich noch unsicher sind, wie und ob sie das Geschlecht und den Namen bekannt geben wollen. Eine weitere Antwort von Christina dürfte die Fans noch trauriger stimmen. Christina weiß noch nicht, wie es nach der Geburt weitergeht. Bei einer Fragerunde auf Instagram sprach Christina nun ganz offen über ihre Schwangerschaft und auch über ihre Pläne danach. Auf die Frage eines Fans, ob die studierte Psychologin nach der Elternzeit in diesem Job arbeiten möchte, gesteht die 33-Jährige. Wie es nach der Geburt weitergehen wird, weiß ich persönlich noch nicht. Ich möchte erst mal, dass alles gut geht und weiter denke ich noch gar nicht. Dann erst mal gut erholen und gemeinsam mit meinem Mann unsere berufliche Planung, in welchem Beruf dann auch immer, angehen. Diese Worte klingen zunächst so, als wüsste Christina nicht genau weiß, ob sie wieder als Profitänzerin arbeiten möchte. Ein Karriereaus brauchen die Fans vorerst aber nicht zu befürchten, wie die werdende Mutter nach einigen Nachfragen klarstellt. Ich sehe bisher nicht die Notwendigkeit darin. Ich liebe meinen Job sehr, und die Entscheidung, das Kind aus der Öffentlichkeit zu halten, betrifft nicht gleich meine eigene Person. Ich bin immer noch ich. Nur dann halt auch noch Mama. Ich bin immer noch ich.